so ich habe einen kleinen wolf macht man macht das der heult ein bisschen wolf ich habe einen hier 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 Oh, was ist denn? Du Gälderfänger. So ein Lumpi. Was ist denn, Lumpi? Du hast doch gar nicht gegessen. Was anderes gibt's aber nicht. Kleine Stinker. Entschuldigung. Was ist mit dem hier? Oh, Strecke sei benötigt. Ja, dann tschüss. Das tut mir dann sorry. Was brauchst du? Station. Das ist gut. Es dreht jetzt wieder um. Achso, der geht da. Hat hier auch keine Weiterbildung? Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Moment, jetzt gucke ich mal grad noch mal, wer noch mal Pause hat. Die haben hier alle Pause. Also, Weiterbildung wäre hier gut. Wir müssen nur gucken. Ach doch. Schau mal. Nee. Doch. Die Mäuler kann vom Windmüller Behandlung lernen. Mäuler, weiterbilden, Kurse, Behandlung von Windmüller. Luft. Die haben sowieso grob Pause. Und sind eigentlich schon wieder fit, deswegen passt das grob ganz gut. Ah, mein Fuß. Ui. 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 Ah, ich werd alt. Ja, was ist denn? Stinky, du kriegst kein anderes Essen. Schau, da ist dein Essen. Kleiner Bettler durch. Kleiner Bettler durch. Ja, jetzt ist aber gut, Bubi. Ich seh doch was, der hat Schildkröte. Der hat Schildkröte. Der hat Schildkröte. Bein A braucht was für. Okay, das ist in Ordnung. 4 von 5 Patienten geheilt. 15 Ruf, 15 Ruf, 15 Ruf, 15 Ruf, 15.000. Nice. Nur schon mal zur Info. Die nächste Pause wird ein paar Minuten länger, aber dann geh ich mal mit dem Hund hinaus. Weil er muss bestimmt auch mal Dinge erledigen. So, haben wir jetzt hier nicht irgendeinen Pfleger frei, der gerade Zeit hat? Oh. Was machst du sonst so? Apotheke. Habt ihr da gerade jemand in der Apotheke? Nee. Ah, da wartet auch keiner. Oh, jetzt ist es wieder weg. Ah, kommt jemand. Gut. Gut, gut. Die machen gerade Schule. Die machen gerade Schule. Schule. Schule, 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 Schule. Schule, 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 Schule. Strecksaal. Tschüss. Da kann ich leider nicht helfen, ne? Was dauert noch, bis der das erfolgt hat? Was sagen denn unsere Finanzen eigentlich? Finanzen gehen. Ist gut. Dienste von Assistenten? Naja, das ist doch nicht viel. Passt doch. Besuch des Gesundheitsministers. Ja, soll einmal. Soll einmal herkommen, der Lump. Alles dauert noch. Bei der Bildung? Ja, 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 ja. Ist recht. Ist recht. du brauchst nicht so früh der hilfminister studisch nicht ist immer gelogen du bist ja kommt es da der braucht der farbtherapie schon und ich glaube noch arztzimmer kann es sein irgendwie schon aber dafür habe ich extra hier platz gelassen so nein nicht fenster türe türe die lampe ihr kennt ja die geschichte pflanz und was hängen wir noch auf was hängen wir noch auf kaffeemaschine hin davor so wer arbeitet jetzt da das war was macht der pause leute jetzt tue das mache ich aber nicht da muss jetzt derweil der arbeiten das hilft nix aber halt auf eine kürze pause gehabt sorry freu ich mich wenn dieses streck ding fertig ist das brauche ich halt echt dringend ich habe auch gar nichts mehr zu trinken ich habe hier einen haufen weise leere tassen und überhaupt flaschen eine flasche die sind alles unbefüllt so was wir haben keine was musikardiologie kommt doch schon jemand kommt doch schon jemand strecksaal ja tschüss schweig die airport closed down today for almost two hours after health and safety inspector henry jobsworth saw the state of the buffet lunch they were serving to travelers hey this is one bureaucratic action i can get behind ich sag's euch irgendwann krieg ich einen herzinfarkt ich sag's ja der bellt so schrill ist unangenehm jeder andere hund bellt normal aber der welt immer so schrill es wäre nicht halb so schlimm wenn sich so ekelhaft schrill wäre tschuldigung ich hab gewinnt nochmals grotten guten wo es jetzt mal nicht halten können was hatte der upgrades ja war für die upgrades ist neu stimmung farbtherapie habe ich kein platz mit meiner schau farbtherapie 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 gibt es immer farbtherapie wie sie sind da 4x3 4x3 wieso braucht sie denn 4x3 komplex nicht so groß vor ehrlich gesagt nicht es ist ich dachte ich glaube auch noch so ein behandlungs ding hin machen du 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 so so machen wir so ähm meh tschuldigung ähm haben wir da noch leute wahrscheinlich nicht nur ein springer das hilft nix ein springer ist halt wenig so Vielen Dank. Alles, was in der Binde ist nun in der Krankenhaus-Hospital-Proferung. Kein Rammage. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, Moment. Na, was ist denn jetzt? Es geht alles kaputt. Der hat telefoniert. Ja. Ich habe Sonntag angerufen. Was ist denn jetzt? Habe ich es jetzt kaputt gemacht? Was ist das für ein Scheiss? Geh halt jetzt. Jetzt geht das nicht, rast aus. So, so. Jetzt bitte so. Ich habe jetzt. Halt. Nee, falsch. So, mein Finger ist auch zu dick. So, jetzt. Hund gleich noch kurz warten, bitte. Noch kurz warten, gleich. So. Das lief jetzt die ganze Zeit unbeaufsichtigt, gell? Scheisse. Äh, du musst nach, äh, du musst, äh, nach Hause. Tschüss. Und, streck, saal, befördern. Ach, der hat wirklich so viel Kuhle, ey. Klung, 8ruf, 10k, gut. Lampi, dir muss ich halt, du kannst gleich weiter. Du auch. Und, nee, du noch nicht. Du musst noch vorne, ey, so. Äh, was hier? Entscheidungsexem. Kann auftreten, wenn der oder die Betroffene eine überhastete Entscheidung treffen muss. Spritzenhaus. Okay. Okidoki. So. Oh, ist auch bald fertig. Ja, 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 ja. Ähm, wir müssen bilden. Jetzt gucken wir erstmal, wer alles Pause hat. Oh, die haben alle keinen Weiterbildungsplatz, gell? Hier schon. Die Beatrice ist immer grün. Was machen die? Diagnose. Diagnose. Ich habe aber leider gerade keinen Lehrer da. Aber wir könnten emotionale Intelligenz schon mal lernen, das ist doch ganz gut. Hier von... So, ich habe es vergessen. So, ich habe es vergessen. Von... Cumberland. Cumberland. Ähm, zick. Von Cumberland. Zick. So. Sorry. Arzt. Da hat keinem da. Oh ja, stimmt. Unglaublich langweilig. Viel mehr Pausen. Wie ärgert andere Leute. Oh, warum immer so? Die Unterhörguter nehmen wir die hier. Du bist auch zukünftig nur... So. So. Oh, das braucht nicht mehr lang. Yes. Dann bauen wir endlich dieses komische Streckzimmer. Jazzhand Station. Gut. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Mist. Brauchtest du echt einen Arzt? Der Forb Spucker. Ah, ne. Der ist nicht Chirurgie, ne? Der ist... Was ist der? Ah, Springer. Ja, cool. Dann. Hopp. 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 Hier steht doch nie jemand an. Mach ich ein Arzt. Jetzt mach ich mal hier ein Arzt fahren. Oh, Kardiologie. Streckzall freigeschaltet. Oh, yes. Notfallfrakturen, ne. Können wir jetzt ja gleich ein neues machen. Hier, Streckzall 2. Zimmer, Streckzall 4x4. Passt ja perfekt hierhin. Ach, da werden die so rumgeschleudert, ne? Okay. Wie dort, lass es. So, die Uhr. Der übliche Stuhl. Desinfektionsspinner. Komm, den kaufe ich jetzt mal. Einfach nur so. Was braucht man denn hier? Ach, ein Arzt. Ah, ne. Wird unleidig, wenn er unzufrieden ist. Werde ich auch. So, du machst nur Streckungen. Ähm, ein, ne, nicht einstellen. Nein, Objekte. So. Wie ist es damit? Häzung? Oh ja, schau mal. Ist ein bisschen kühl. Ähm. Da, schau mal. Bisschen Schönes. Äh. Sechs, neun, ach, die können wir nicht wegschicken. Warum nicht? Warum denn nicht? So, hier fehlt jetzt jemand. Wartet hier jemand? Scheiße. Wer macht oder Pause? Oh, hier. Oh. Zeig. Ja, jetzt läuft das einfach selber, ne? Bis auf die Weiterbildungen. So. Aber, Kinder. Ich mach jetzt Pause. Zweites Manga seit 10 Minuten fertig. Sauber. Du ratterst dir aber durch. Hast du noch? Ähm. Ich mach jetzt Pause. So 5, vielleicht bis 10 Minuten. Ich kann aber nicht versprechen, wie lange es wirklich dauert, weil, wie gesagt, der Hund muss bestimmt mal. Hallo. So. Wer ist da jetzt schon jemand? Ja, der Sandwich. Danke, Black Moon. Scheiße, wir brauchen noch eine Cardiole. Cardiologie. Och, ne. Cardiologie. Ich kaufe das schon mal. Mit hier. Ähm. 3. Schau mal, kann man noch. Ne. Toll, leide ich ihn. Boah. Äh. Blub. Heizkörper. So. Ach, ich bin das Mitteldienste neigesetzt. Oh, schau mal. Der muss kacken. Maintenance announcement. Plants need water. Ja, und wenn das fertig ist, brauche ich da noch eine Cardiologie hin. Oh, der kommt da hoch. Oh, der kommt da hoch. Auch weiter hoch. Der auch. Ähm. Oh, ehrlich, wir brauchen noch einen Hausmeister. Schamant. Großer Fan von Meereszeugern. Jo, zack. Wart mal. Seibert Mülltonne. Ach, sehr gut. Förderung. Zack. Ja, was ist jetzt mit euch Schildkruten? Oh, da. Oh. Nicht geheilt. Aber der hat seinen Kopf doch draußen. Wir haben doch eigentlich Cardiologie-Vertretung. Was ist das hier? Was macht der? Diagnose. Macht Pause. Und wo hier? Pause. Oh, nee. Ich muss einen Springer machen. Gut, mach die Störung. Äh. Hier. Die Willung braucht. Ah, das ist schon fertig. Gut. Moment. Cardiologie. Zack. 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 So. I'm Flensly. Ähm. Und eine Uhr. So, jetzt brauchen wir aber noch jemanden, Diagnose, oh yes, so du bist Stopp, auch bloß Oh, ich muss, oh, erinnert mich dran, ich muss meinen Großonkel noch schreiben, den wollte ich auch besuchen nächste Woche, bevor er in den Urlaub fährt, äh, ba, ba, so, wer von euch macht jetzt schon wieder Pause, uh, Mist, oh, das ist gut, dann bist du auch nur Fraktur, du bist nur Fraktur, warte mal, ich tue mal die Gehälter anpassen, äh, Personal, zack, nee, das ist nicht mein Hund, weil er ist gerade im Garten unterwegs, oh, boah, die echt gerade alle Pause, ja, da, naja, gut, so, so, zu viele Hausmeister, gar nicht, so, Chirurgie, 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 oh, ich hab hier ein Getränk, ein Energy Drink, das ist Lang, dann ist nochmalat rumminhält, PHEJÄCDRÄL pride jetzt mal tamaßt a kick x-u-de賺x我integration da gibt nix jo lang den end pausen das rezeption ach quatsch das lustige ist jetzt kann ich auch nicht mehr damit aufhören die worte schlangen zu korrigieren sie ist einmal angefangen jetzt jetzt bin ich süchtig warte mal wir bauen noch ein getränkeautomaten wir machen jetzt beide pause wir haben hier irgendwo noch ein surgery-doktor glaube ich hier der 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 forbes spucker da macht nämlich der macht dann hier so wie sie gehalt anpassen schade erste der es geht wir brauchen hier auch noch ja der research doktor das ist nicht so schlimm in der pause hat weil da ist nichts zeitkritisches förderung so schaut hier aus zwei stück das mit dir wird schon operiert was wieder stufe 5 mit pausenzimmer das ganze voll vergessen das hätte er wohl gehen guck mal das ist gerade so viel in pause da kann ich doch jemand weiterbilden der der könnte auch diagnose mal den lernen von fake hetzer fake hetzer und da ist wirklich nicht der wiener mäuler macht ihr wahrscheinlich keinen platz frei das kann natürlich sein die ist kompromiss so wie es hier wie ist denn hier wie ich wie ist es hier ist hier alles wieder 95 das reicht oh scheiße der wird jetzt auf die frakturstation geschickt oh aber der hat schildkröte verdammt egal hauptsache geht nicht hopsen die kann ich nicht doch jetzt zack 97 ist zwei das ist gerade kein arzt drin willst du mich verarschen scheiße das ist eigentlich der chirurgiearzt jetzt haben wir echt wenig scheiße das war der falsche es war ein krankenpfleger egal jetzt war ein krankenpfleger dann den so der macht auch nur allgemeinart was warte mal so ach da furzt jemand oh gott wie viel haben wir denn da bitteschön ist ja voll übel aber wir haben doch oh warte mal oh nee haben wir nicht wir brauchen noch so ein zimmer scheiße mischt das ist natürlich etwas das ist natürlich etwas unpraktisch kaufmaschine yes bücherregal yes pflanze daher da schauen wir wie das alles gut reinpasst als hätte ich so geplant natürlich nicht nicht undoubtedly das hätte ich so geplant